Musik Kaum eine deutsche Großstadt verbindet Geschichte und Gegenwart enger, kompetenter, anschaulicher und einfühlsamer als Trier. Mit seinen Denkmälern, Schauplätzen und Gebäuden ist Trier ein einziges lebendes, ja lebendiges Dokument für die Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart. Heute ist Trier das Zentrum einer Vierländerregion, in der kulturelle Weite und räumliche Nähe zusammenfinden. Hardly any other city in Germany combines history and modernity so subtly, harmoniously and masterfully as Trier. Its Monuments, Schauplätzen und Architektur make Trier a vibrant city and a lively tribute to a coalescence of past and present. Today it forms the center of the Four Lands Region, whose broad cultural dimension has a remarkable geographical concentration. Im Herzen der ältesten Stadt Deutschlands gelegen, vereint das Vier-Sterne-Superior-Hotel modernes Ambiente mit römischen Elementen. In the heart of Germany's oldest city, there is a four-star superior hotel, whose modern ambience is infused with roman elements. Wir begrüßen Sie herzlichst im Parkplacer Trier mit dem exklusiven Komfort eines modernen Hauses und perfektem Service. Welcome to the Parkplacer Trier, where the exclusive comfort and impeccable service of a modern hotel awaits you. In unseren stilvoll eingerichteten Komfort- und Superior-Zimmern empfängt Sie behaglicher Wohnkomfort und stilvolles Ambiente. Our stylishly furnished comfort and superior rooms will make you feel at home with their snug yet discerning ambience. Die eleganten Suiten laden zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Our elegant suites invite you to relax in luxury. Mit der Vielfalt einer römischen Therme erwartet Sie der Wellnessbereich Relaxarium. Entspannen Sie in stilvollem römischem Ambiente mit herrlichen Düften, sanften Farben und beruhigenden Klängen. Sauna, römisches Dampfbad, Laconium, Eisgrotte und vieles mehr sorgen ebenso für Entspannung wie Massage- und Kosmetik-Anwendungen. Explore our wellness area with all that the Relaxarium, its fascinating thermal bath, has to offer. Revel in this stylish Roman ambience with its lovely fragrances, soft colours and soothing sounds. A sauna, a Roman steam bath, a Laconium, an ice grotto and much more promise soothing rejuvenation, as do massage and cosmetic applications. Ob Seminare, Tagungen oder festliche Bankette, wir bieten mit modern ausgestatteten Räumlichkeiten und stilvollem Ambiente den optimalen Rahmen für Ihren Anlass. We have the optimal venue for seminars, conferences and festive banquets. Our facilities have modern equipment coupled with a stylish atmosphere. Insgesamt stehen auf einer Fläche von 700 Quadratmetern acht variabel gestaltbare Veranstaltungsräume zur Verfügung. On an area of 700 square meters, there are eight versatile function rooms to choose from for your event. A Untertitelung. BR 2018 Das Restaurant Plaza Grill ist der Restauranttipp für Trier und zeichnet sich durch die hohe Qualität der Speisen und Getränke aus. Genießen Sie in einer gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre Steaks vom Black Angus aus Nebraska oder andere schmackhafte Grillspezialitäten. The Plaza Grill ist der Top Restauranttipp für Trier, boasting finest food und wine. Enjoy the cozy atmosphere while savoring Black Angus steaks from Nebraska und andere delicious grill specialties. Musik 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 Erfrischende Impulse setzt die stilvolle Lounge des Hotel Park Plaza Trier mit einer Cocktailkarte ganz nach dem internationalen Mixology-Trend. Aber auch bei einer guten Tasse Kaffee, einem leckeren Stück Kuchen oder herzhaften Speisen in Ruhe in der Zeitung lesen, ist man in der Lounge genau richtig. The stylish Lounge of the Hotel Park Plaza Trier serves up refreshment with its trendy international assortment of cocktails. It's also just a place for a good cup of coffee with newspaper in hand and accompanied by one of its sumptuous cakes for some hearty food. Musik 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 Das Park Plaza Trier verbindet Service, Gastfreundschaft und Lifestyle in einer weltoffenen Stadt zu einem luxuriösen und außergewöhnlichen Hotelerlebnis. The Park Plaza Trier combines Service, Hospitality and Lifestyle in a cosmopolitan city, making for a luxurious and extraordinary hotel experience. The Park Plaza Trier